Tari Tara Tauracke für Kalenderwoche 42. Ich bin Margret und das ist Marjan. Ich bin Marjan, genau. Wir sind beide in der Menschenlehre ausbildung. Genau. Erzähl doch mal, wo kommst du her? Ich komme aus Hamburg und meine Wurzeln sind Persisch. Deshalb ist sie so schön. Danke. Ich bin Personal Business Coach und ich plane, in München eine Akademie des Lebens zu gründen. Was ist das? Es ist eine Akademie, in der Menschen vielleicht ein Studium an sich selbst betreiben, aber nicht vom Wissen her, sondern einfach vom Erfahren und Erleben und Erspüren. Genau. Das klingt gut. Jetzt hast du ganz viele Zeugen. Jetzt kannst du keine Ausrede mehr haben. Überhaupt nicht, ja. Und natürlich, das ist ein Herzenswunsch und es ist auch ganz schön groß, aber ich wünsche mir, dass das klappt und dass ich das nächstes Jahr so langsam ins Leben rufen werde. Ich fange klein an, aber am Ende möchte ich schon, dass es etwas Großes ist, wo viele Menschen sich treffen und eine Chance haben, ganz viel über sich selber zu erfahren, weil alles Wissen ist schon in uns drin. Ja. Genau. Und es ist schön, weil Marjan hat am 17. Jahrzehnten jetzt Geburtstag, wie mein jüngster Sohn. Und jetzt schauen wir mal, was die Karten sagen für diese Woche, denn es gibt ja keine Zufälle. Und dass ich sie jetzt ausgewählt habe, das ist immer so ganz spontan. Ja, es hat bei allen denen, die die Karten gezogen, immer auch sehr viel mit der Person selbst zu tun. Hast du dich schon mal mit Tarot geschäftigt? Ja, schon etwas länger. Ich bin ab und zu mal zu Tarot-Lägerinnen gegangen und fand das immer sehr spannend und kam auch fast vieles hin. Und schauen wir mal, was diese Woche hinkommt. Genau. Wir haben Kalenderwoche 42, also Marjan. Du ziehst jetzt die 42. Karte von oben. Okay. Und gibst mir dann zurück und ich ziehe dann die 17. Okay. 42 und die 17 für was? Ja, 17. Genau. Ich ziehe dir auch, wie ich das mache. Also ich ziehe ja richtig durcheinander. Okay. Ich warte mal ruhig. Geduld muss man ja haben. Spannend. 41, 52. Super. Halt die fest. Die kannst du auch schon umdrehen. Jawohl. Das ist der Wagen. Und ich ziehe noch die 17. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ah. Oh, spannend. Und die siebende Schwerter. Du darfst gleich mal anfangen zu sagen, was du jetzt siehst. Also einfach, spielt keine Rolle. War es einfach, was du siehst? Was siehst du in dem Wagen? Was macht er mit dir? Ja, was macht er mit dir? Also links und rechts sind Türme wie kleine Schlösser. Ja, da sitzt ein König, irgendwie auf dem Thron. Und darunter sind diese Things und die stehen ihm, oder liegen ihm zu Füßen. Und dann gibt es hier die Flügel, also die Flügel hier in der Mitte. Ja. Und ich finde, das sieht schön aus. Ich throne, oder es thront. Es ist ein Wagen, also das sollte sich irgendwann mal bewegen. Aha, okay. Alles klar. Und die Frage ist, in welche Richtung? Weil wir haben hier schwarze und weiße Things und die streben natürlich so auf ein Bild erst mal so in verschiedene Richtungen. Und der Wagenlenker hat jetzt praktisch die Aufgabe, wenn er Erfolg haben will, weil der Wagen steht eigentlich für Erfolg, deshalb auch diese Art von Thron, so sieht das aus, die beiden Sphinxen in seine Richtung zu leiten. Also da wo er hin will, links oder rechts, oder geradeaus, wo auch wo er hin will. Also es ist der Siegeswagen und für dich ist das ja auch wieder ein Omen. Wo willst du hin? Wo willst du wirklich, wirklich, wirklich hin? Genau. Ich gebe dir mal die zweite Karte. Es ist die Siebener Schwerter, ist eine sehr spannende Karte. Ich bin jetzt gespannt, was du drin siehst. Ja, also ich sehe jetzt irgendwie so einen Knappe oder so einen Bub, der vier oder fünf Schwerter in dem Arm hat und zwei stehen. Was sagt dir so die Körperhaltung von ihm? Weg, weg von den Stehenden und er guckt noch zurück, aber ist eigentlich nach, läuft schon nach vorne. Aha. So, also es heißt, er setzt sich in Bewegung und eigentlich ist so mein Impuls, schau nach vorne, du brauchst dich nicht mehr zurückzudrehen so. Wenn du jetzt mal so genau die Fußstellung anschaust, was fällt dir da auf, wie läuft der? Ja, also leise, auf leisen Sohlen sozusagen. Aha, sehr gut. Ja. Genau. Und ja, so ein bisschen leichtfüßig. Wenn er zurückschaut und guck mir mal genau das Gesicht an, schaut der überhaupt? Hat der offene Augen? Ne, der hat geschlossen. Aha. Was bedeutet das? Vor was verschließt du die Augen? Oh ja, sehr gut. Oder auch, er guckt zurück, ohne zu gucken. Also so wie, also mich persönlich, ich habe so ein bisschen die Assoziation, so wie Vogelstrauß. Ich mache die Augen zu, dann sieht mich niemand. Ah ja, okay. Vielleicht, hm? Ja. Und er schleicht sich da, siehst du, was könnte das hier sein? Ja, so wie so ein Zirkuszelt oder so. Ein Zeltlager vielleicht. Ein Zeltlager, genau. Er schleicht sich davon. Genau. Genau. Er schleicht sich, ich würde sagen, in den frühen Morgenstunden davon. So golden, oder? Die Sonne geht gerade auf. Und die Schwetter stehen für Gedanken, also für Gedankenkraft. Ähm, es kann zum Beispiel auch sein, dass man, ähm, ähm, also dass man etwas nicht, die ich denken will, oder dass man, dass man Ideen, die man hatte vor Ideen, also es ist so ein bisschen, entweder wie die Katze um den heißen Brei rumschlägt oder sich davonstehnen aus einer heißen, brenzligen Situation. Mhm. Es kann auch für List stehen. Und manchmal ist List nicht schlecht. Also manchmal gibt es sogar den Rat vom Tarot, ähm, listig zu sein, ohne jetzt natürlich jemanden wirklich zu verletzen, aber es geht manchmal darum, dass man... Diplomativ? Genau. Das ist nicht Diplomatie. Das ist ähm, List, List und Tücke ist also auch mal ähm, so zu sein, wie du normalerweise vielleicht nicht bist. Also manchmal dir auch nicht etwas erschwindeln, aber wirklich alles einsetzt. Also manchmal, wenn du vielleicht übervorteilt wirst, wenn es Situationen gibt, die, die du vielleicht auf normalem Wege nicht bewältigen kannst, weil du mit Leuten zu tun hast, die auch nicht ehrlich sind. Vielleicht. Okay. Dann geht es manchmal wirklich darum zu sagen, okay, was kann ich jetzt retten? Wie komme ich jetzt da davon, um mein Schäfchen ins Trocknen zu bringen, um das, was mir zusteht, wenn du es manchmal nicht auf ehrliche Weise kriegst, also dann... Weißt du, wie ich meine? Dann erschleiche ich es mir. Ja. Ja. Also manchmal einfach auch mit einer Haltung. Das kann zum Beispiel sein, dass du immer Harmonie suchst und vielleicht manchmal ist es eben auch äh... keine Ahnung. Also zum Beispiel, wenn dein Kind irgendwas nicht machen will. Ah ja. Zum Beispiel, oder? Ähm, wie kriegst du dein Kind dazu, mit allen Mitteln jetzt zum Beispiel seine Hausaufgaben zu machen oder so. Das kannst du vielleicht nicht immer machen. Ja. Manchmal geht es wirklich auch darum, mit ein bisschen Triziptien anzuwenden, um etwas zu kriegen, was du willst. Und für mich sind diese beiden Karten jetzt zusammen im allgemeinen Bereich, ähm, wenn wir es jetzt positiv deuten, wenn das jetzt die Aufforderung wäre, so zu handeln, dann geht es ein bisschen darum, ähm, in eine Richtung zu fahren und Strategie jetzt zum Beispiel, es könnte ja zum Beispiel sein, ähm, der Wagen oder du willst jetzt in eine Richtung und vielleicht hat es an der Autobahn Stau. Und du müsstest jetzt warten. Aber du willst jetzt dahin und du hast ein enges Zeitfenster. Dann geht es manchmal auch darum, so wie ich das ab und an mache, was ja echt verboten ist, rechts den Seitenstreifen zu nutzen und schnell, schnell, schnell bis zur nächsten Ausfahrt. Das ist zwar nicht, ähm, normalerweise nicht erlaubt. Aber es hilft in dem auch. Aber es hilft manchmal und wenn du umsichtig bist und niemandem, äh, niemandem schadest. Also solche Sachen. Es geht hier nicht darum, um, um Betrug, sondern es geht einfach darum, dass du wirklich in manchen Situationen einfach, ähm, ja, oder wenn du es jetzt wirklich mal ganz eilig hast und, 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 und es steht eine riesen Schlange an der Kasse und du hast zwei Sachen zum kaufen und du weißt, du könntest es nicht eine halbe Stunde einfach vorne reindrängeln und sag, oh, darf ich das schnell bezahlen? Genau. Da kann dir fast niemand Nein sagen. Also es geht darum, wirklich auch mal so zu sein, wie du es normalerweise nicht sein willst. Ja, so ein bisschen. In der Liebe, wenn du in der Liebe manchmal nicht vorankommst, dass du eben irgendwie mit, 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 mit. Blist und Tücke ein bisschen. Ja, wir Frauen können dann so ein bisschen unseren, unseren Charme, unsere Weile, verführen. Genau. Das ist, also, es ist jetzt hier nicht die richtige Verführung. Es geht eher darum, ähm, ja, in der Mode auch, also auch, die Liebe hat ja auch sehr viel mit, 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 wie geht man jetzt mit dem Partner weg, zum Beispiel. Wenn du, wenn du jetzt deinen Partner versöhnen willst, er ist nicht so toll, dann weißt du vielleicht, was. Genau, was man zu machen hat. Ja, und was liebt er an dir, wie, 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 wie liebt er dich? Also, was mag er, welche Kleidung mag er besonders an dir, wie du deine Haare machst? Und dann machst du mal wirklich so ein bisschen für deinen Partner mit Trick 17. Aber manchmal ist es auch wichtig, ähm, wenn du vielleicht was auf dem Herzen hast und du willst weiterkommen und eigentlich möchtest du gerade, äh, voll die Meinung sagen. Mhm. Aber du weißt, es wäre an diesem Abend gerade nicht gut. Nicht günstig, genau. Dass du einfach so denkst, äh, scheiß drauf, ich gehe jetzt dem Konflikt aus dem Weg und mache mal einfach die Augen zu und hole das bei der nächsten Gelegenheit. Weil es gibt manchmal einfach Situationen, wo die Wahrheit, und Wahrheit meine ich hier, einfach wahrhaftig sein und so sagen, wie man sich fühlt, manchmal dich nicht weiterbringt. Also, wenn du vielleicht gerade im Auto sitzt und Urlaub fährst und dir stinkt was gewaltig, dann ist es ungünstig, dass dann, genau. Vielleicht wartest du mal, bis du im Urlaub bist. Aber gerade im Auto, bei der Autofahrt, also so, ja? Ähm, ich habe ja noch eine Kategorie 6, ähm, naja, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel, wie wir vorhin, wir hatten gerade vorher ein bisschen sexuelle Diskussionen da drin, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel so ein gefickter Orgasmus, so, ja, das ist jetzt so etwas geschauspielertes zum Beispiel, ähm, das ist nicht unbedingt, äh, meine Sache ist es nicht, das ist vielleicht auch überhaupt nicht jedermanns Sache, aber, ähm, es gibt ja vielleicht manchmal Situationen, wo es besser ist, ähm, mal zu Schauspielern, um dem Partner das Gefühl zu geben, er hat es richtig gemacht. Zum Wohlwollen des Anderen, sozusagen. Genau, zum Wohlwollen des Anderen. Ähm, beruflich? Ja, das ist, das ist jetzt auch spannend, also, dass du einfach, wenn du zu einem Ziel kommen möchtest, ähm, Strategien benutzen musst. Strategien benutzen. Strategien, ja. Es sind auch so Strategien, die, die du vielleicht normalerweise nicht benutzt, ähm, der schleicht sich auch so ein bisschen davon. Es kann manchmal auch sein, dass es, ähm, dass es darum geht, hier in dieser Woche manchmal auch, ähm, sich um irgendeine Arbeit zu drücken. Drücken. Mhm. Im Sinne einer Anderen. Also, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt in einem, in einem, in einem, in einem, in einem, in einem Unternehmen arbeitest, ähm, und du hast, du hast Prioritäten und du hast aber deinen Schreibtisch voll oder so, dass du dann wirklich eben einfach mal auch Arbeit so ein nicht machen, weil, also, ähm, das ist nicht so ein bisschen eine Erklärung, das ist eigentlich sich wirklich so ein bisschen aus der Affäre ziehen, weil etwas anderes im Moment wirklich total wichtig ist. Priorität hat, genau. Und, ähm, im, 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 wenn man selbstständig ist, ähm, Prioritäten setzen? Ja, 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 sowieso Prioritäten setzen, ähm, da kann es manchmal auch einfach sein, also hier habe ich jetzt die, die, weil es geht ja auch um Entscheidungen, also der Wagen steht ja, in welcher Richtung ziehe ich und wenn du noch nicht so richtig weißt, in welche Richtung, ähm, du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, dir dann vielleicht auch so ein bisschen die Möglichkeiten noch nach allen Seiten offen zu halten. Also wenn es zum Beispiel geht, mit wem arbeitest du, welcher Partner oder welcher, welcher neue Angestellte ist jetzt wichtig, dann, dann könnte es hier heißen, ja, ich hab mich noch nicht, also, warte noch ab, ich entscheide mich dann, du weißt vielleicht schon, du nimmst den wahrscheinlich nicht, aber der andere hat noch nicht zugesagt, also so, da geht es wirklich so ein bisschen drum, ähm, ja, einfach mit List und Tücke und, und Tricks, ähm, es geht nicht darum, jemanden zu betrügen, aber es ist so ein bisschen dieses, manchmal braucht das und manchmal, deshalb hat es auch diese Karte, ähm, manchmal ist es einfach wichtig, alles, was du hast, für dein Ziel einzusetzen, wenn du eine klare Absicht hast, dann, dann überwältigt man auch diese Hindernisse und in diesem Fall mal ein Hindernis, wo man eben, wie du schon sagtest, man ist auf dem rechten Standstreifen und fährt einfach den Standstreifen genau, man drängelt sich vor, oder man zieht sich irgendwo aus der Affäre, was normalerweise vielleicht nicht deine Sache ist, ja, also es geht so ein bisschen darum, okay, und dann haben wir Mensch, also, wenn du jetzt, wenn du jetzt eine Person vor dir hättest, du weißt ja schon, es geht um, das ist Erfolg, es geht um Erfolg, aber auch um Entscheidungen, und es geht hier darum, dass jemand vielleicht, hm, nicht immer, also das wäre ja jetzt wirklich so eine Charaktereigenschaft, was würdest du meinen, wie wäre dieser Mensch, ja, nicht immer ganz aufrichtig, ne, und, äh, lässt einen auch manchmal so im, im Nichtwissen stehen, so, genau, 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 also jemand, der sich auch mal um eine Antwort drückt, äh, oder um eine Erklärung, ja, also das ist jemand, der sich, wenn's, wenn's brenzlig wird, wenn's, wenn's ans Eingemachte geht, der sich dann aus der Affäre zieht und, und dich ohne Antwort stehen lässt, so jemand könnte das sein, ähm, weil er sich oftmals nicht entscheiden kann, also, ja, so, ähm, ja, Tipp der Woche, tja, was, also, natürlich, es geht immer darum, wirklich reinzufühlen, in welcher Situation bist du, vielleicht hast du's mit Menschen zu tun, die, ähm, nicht ganz aufrichtig sind, also hier wirklich auch mal spüren, rein spüren, wie fühlt sich etwas für dich an, fühlst du dich gerecht und wahrhaftig behandelt und gesehen und, und fühlst ja, einfach zu gucken, wo wirst du vielleicht auch ausgetrickst, das ist der Tipp, einfach wirklich genau hinzuschauen, bei Projekten oder auch bei Menschen und Nummer zwei, wenn du selbst eben für dich etwas beabsichtigst in dieser Woche, einfach alles zu nutzen, alles zu geben, ja, Scham spielen lassen, einfach wirklich so, das ganze Vollprogramm. Okay. Also, das, das war der, war der Tipp für diese Woche, Tari, Tera, Taro. Ah, Mensch, ja, wer mitmachen will, wer ein Buch gewinnen will, ähm, der kommentiert hier wieder unter dem Video, ähm, wann, also ich möchte jetzt wirklich einfach mal wissen für diese Woche, wann, äh, flukerst du manchmal oder wann ziehst du dich manchmal oft aus der Affäre, ähm, ja, um etwas zu erreichen. Und wer da kommentiert, der nimmt wieder an der Verlosung teil und der Gewinner der letzten Verlosung, der wird oben über dem Video bekannt gegeben. In diesem Sinne, Tari, Tara, Taro. Ciao. Tschüss. Dankeschön. Ciao.